Als erstes und bisher einziges Land sind die USA offiziell aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten. Die Kündigung sei mit dem heutigen Tag wirksam, teilte das Klimasekretariat der Vereinten Nationen mit. Präsident Trump hatte den Rückzug bereits 2017 angekündigt und vor einem Jahr beantragt. Das Abkommen war 2015 in Paris beschlossen worden. Es sieht vor, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu reduzieren.